Mit FXFlat an Ihrer Seite lernen Sie, Ihr Trading zu optimieren. Umfangreiche Webinare und Seminare bei FXFlat bieten sowohl Einsteigern als auch erfahrenen Tradern alles, um ihren persönlichen Trading-Stil zu entwickeln. Weiterbildung ist aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiges Thema. Zum einen, dass die Trader natürlich schauen, wo gibt es kostenfreie Webinare oder auch gute Bücher. Auf der anderen Seite aber natürlich auch darüber hinaus, wenn man Unterstützung braucht, einen guten Coach oder Mentor zu haben. Ich selber bilde mich jedes Jahr weiter, das kann ich auf jeden Fall nur raten, sowohl im Trading-Bereich, aber auch privat für sich was zu tun. Testen Sie mit dem kostenlosen Demokonto unverbindlich alle Trading-Tools. Ich finde es sehr, sehr gut, was FXFlat anbietet, zum Punkt von Webinaren zum Beispiel, finde ich es sehr gut, dass man halt eben beständig dabei ist und irgendwie auch gute Angebote hat, sei es jetzt von irgendwelchen bekannten Tradern, die dann halt zum Beispiel Live-Tradings machen oder halt eben dann halt auch Strategien und so weiter besprechen. Das finde ich halt sehr, sehr vorbildlich. Lassen Sie sich beim Trading von erfahrenen Profis unterstützen und lernen Sie neue Trading-Ansätze kennen. Alles mit nur einem Konto. FXFlat und CapTrader wahnsinnig viele Webinare, Unterstützungsgeschichten anbieten. Eigentlich für jeden Bereich, ob Optionshandel, ob Aktienhandel, ob Futurehandel, auch was das Emotionale angeht. Es gibt jeden Tag fast neue Webinare, die man sich anschauen kann. Ich denke, da wird ganz, ganz viel für die Kunden gemacht. Ihre FXFlat, Wertpapierhandelsbank.